So, herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play. Wir waren ja hier das letzte Mal wieder zurückgekehrt. Was haben wir denn eigentlich noch? Das packt immer noch rum. Was haben wir denn eigentlich das letzte Mal? Zünder, MMM, Straftäterversteck. So, in Öffne-Schwarz-Welt-Spind-8. Jo, stimmt. Ich wollte ja den Spind öffnen. Irgendwie sieht's denn aus mit Essen. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Hm, den Spind... Ich guck nochmal schnell. Spind müssen wir öffnen. Okay, dann haben wir ja... Hier haben wir die Mütze. Okay. 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 Ich wollte mal was probieren, ob man eigentlich wieder... Ob man in den... in das Ding zurückkommt. Und die... Katakomben da... Dann geht ja nix auf. Habe ich das alles zugemacht? Habe ich das alles zugemacht? Da sind's rennt der... Ne, das war's nicht. Okay. Hier kommen wir wieder rein. Okay. Wir kommen in den... Tunnel. Kommen wir zurück. Okay. Okay. Ich... Wollen wir nochmal was gucken, ob wir den Hammer mitnehmen können. Okay. Genau. Genau. Okay. Genau. Ja... Ja. Mal gucken, ob wir den Hammer mitnehmen können. Geht's nämlich gar nicht lang. Ne, den Hammer kann man nicht zurücknehmen. Okay. Das war das letzte Mal, wo ich bei der letzten Aufnahme, da hab ich noch mal geguckt, da hätte ich wirklich gedacht, dass ich den Hammer mitnehmen kann. Oh ne, ging ja nicht. Das wird dann auch leer. Nicht alles gelootet. Okay, na gut. Kommen wir umsonst hier hoch, aber das schadet ja nix. Und man kann wieder zurückgehen hier. Okay. Right Yes So, jetzt schauen wir mal Eigentlich würde ich am liebsten noch das gegen schleichen lässt sich ich gehe gerne hier lang ich weiß nicht ob ich mir wohl von hinten stammt Das war's für heute. das essen ab ich wollte eigentlich nur und ihn spinnt wenn ich dann bei der ehrenfeuerstelle noch machen da haben wir nämlich auch was zu essen da kommt man nicht rein da haben wir auch das letzte ding dann noch ein revolver abgeschossen schwarzfelsspinde ja ich schätze es wäre wohl ich kann gar nicht mit so viel gear So, haben wir das auch erledigt? Ja. Also der, dunkel. Ich mach mal ein lichtel kurz an. Auf YouTube hier, ein bisschen dunkel ist. Na, wo wir das ausmachen? Das hört man da eigentlich schon ganz gut aus. Da muss ich nicht mehr zu den Spinden ran. Soll ich eigentlich solche Zünder suchen? Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. rum. Ja, renn. Renn zurück. Mann. Komm schon. Ja, 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 ja. Der scheiß Hund, der soll ja nicht rumrennen. Den Inspint haben wir, einen Revolver können wir erstmal ablegen, den brauchen wir nicht. Dann schauen wir erstmal weiter. Ob ich jetzt, ähm, Feuerzeugen, ein bisschen. So, da haben wir jedenfalls, dass wir ein bisschen garen. So, da können wir jetzt noch ein bisschen warten. So, da können wir jetzt noch ein bisschen warten. Ne, natürlich ist da noch nix. Kann man nämlich kosten und so kann man nämlich Feuerholz sparen. So, wir beschleunigen das mal ein bisschen. So. So. Und eins noch. Garen. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Das essen wir noch. Ja. Machen wir noch ein W천. Zack, zack. Nehmen Drinken So, und noch einmal Können wir noch was garen? Gut, das brauchen wir auch nicht alles mitnehmen So Ja, jetzt schleicht er hier rum So Ja, den inneren Revolver, den wär ich ja gleich los Können wir da Schnell mal laufen So Tür fließen Der Wolfspelz Der hat, ähm Ja, entspann dich ja So So Ähm Das, das, das Das wär Das wär Brauchen wir nicht Notfall Bup Mach ich eigentlich auch nicht mehr So Zwei Lampenöl kann man dann auch Warte mal Und das lassen wir mal lieber So 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 Hier, ähm Drei Reichen Brauch ich nicht Warte mal die Waffe Warte mal die Waffe Prozent 50 Ist das egal Ja Warte mal das war's noch nicht So So Hier Brauchen wir auch nicht Zwei Reichen Mensch So So Haben wir ein Witzstein Das Das Brauchen wir In der Laterne Die Filme dann auch So eine Säge brauchen wir eigentlich nicht Angelwerkzeuge eigentlich nur wenn wir angeln gehen Vielleicht auch noch wenn wir eins mitnehmen Was ist das hier Krach machen Gut dass das Mama Sagen 95 50 64 Das waren zu wenig Ich Ah hier Nein Hat das Steuerung oder verlernt Aktion Reparieren Reparieren 79 85 Reparieren So 94 Das wird nämlich gleich dunkel Je Es geht noch 5 Das geht noch 5 59 Das noch Reparieren 10 Reparieren Reparieren 10 10 10 Alright, dann haben wir das erstmal, so, jetzt ist ja alles nichts, jetzt fordern wir mal noch ein bisschen, so, jetzt gucken wir noch, was haben wir von dem, haben wir ja auch nichts drinne, oder? spinnt, haben wir jetzt das Lackpulling, so ein Ding nehmen wir mal mit das ist angelegt und das entladen, so zack, jetzt füllen wir das nochmal auf, die Laterne nochmal auf jetzt haben wir das aufgefüllt Nankenöl und das lassen wir mal noch, das nehmen wir mal noch mit so, das sind wir eigentlich so gut wie erstmal schon mal als Trink mitnehmen nahrungsmäßig komm, nehmen wir noch eins mit so 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 so